Willkommen zu ner neuen Folge von Sephorest So, hat absolut nicht funktioniert Toll Kaum starte ich die Aufnahme und der Wind ist so laut jetzt hört mich keine Sau Ähm Bödeling Ja, willkommen bei Sephorest und in der letzten Folge das Guldo hat nachgeguckt haben wir gesagt wir wollten in ne Höhle gehen oder irgendwie sowas aber jetzt ist glaube ich schon fast ne Woche vergangen als wir das letzte Mal gespielt haben oder so, ne? Ja, über ne Woche sogar und ehrlich gesagt haben wir gerade eine Runde, ja was heißt eine Runde wir haben gerade ein, zwei stündigen Battlefield gespielt Battlefield 1 und ich bin gerade so was soll ich sagen aggressiv oder so aggressiv eigentlich nicht aber ich bin gerade so fertig genervt, dass ich eigentlich nicht in ne Höhle gehen will es tut mir leid nächste Folge eventuell vielleicht aber ihr müsst verstehen ist man jetzt wirklich grauenhaft zwei Stunden Battlefield oder waren es überhaupt zwei Stunden? eine Halbschrift ungefähr jetzt bin ich wieder im Wasser ich fasse es einfach nicht gut ich habe 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 aber für unseren ganzen Spiel in Spiele in Spiele oder Skulldor kackt bei dir TeamSpiel auch gerade ab ja TS ok so kann ich ingame sollen wir im ingame reden? weil ich glaube TS ist jetzt gerade am abkacken ja TS ist im abkacken ähm ja lassen wir das jetzt einfach so oder was machen wir jetzt? nonfallplan ich kann mal ganz kurz einen Cut machen oder es geht wieder? ne es geht nicht es geht nicht es geht nicht ja mach mal einen Cut ok bis gleich Cut 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 bis gleich so zehn Minuten später und noch mehr genervt als vorher ja wenn was schief läuft dann aber richtig ja das ist brutal weißt du erstes mit Battlefield weißt du und jetzt ne ich hoffe dass es jetzt hält weil es ist immer noch der gleiche TeamSpeak ja und jetzt geht's ja auch immer schneller ja genau das ist eine gute Idee wohl wenn wir jetzt schlafen ist die Nacht vielleicht gleich vorbei oder? ne ich weiß gar nicht nein das war ganz schön lang ne wir waren oft draußen aber doch wird grad hell oder ich bin sicher scheiß drauf schlafen wir jetzt ja schlafen wir einfach mal schlafen wir einfach mal ganz gut ganz gut gut ok was wollten wir jetzt machen jetzt euch wie die Planung wäre gesagt und ich habe nicht auf die Uhr geguckt hast du auf die Uhr geguckt? verdammt kacke ich das hätte mir jetzt nie ja wir haben es ungefähr drei Minuten nur aufgenommen und ja das macht einfach so ja jetzt aber schon so ähm was wollten wir jetzt machen jetzt weiß nicht mehr ich glaube einfach Sticks sammeln oder? Sticks sammeln Hasen sammeln genau und dann versuchen wir unsere gehst du zu? halt du leckst grad bei mir wie kacke wo bist denn du? jetzt geht's wieder die Bäume wachsen immer noch nach wie ich sehe ja mir fällt grad auf meine Federn sind weg von meiner Axt naja schade stimmt jetzt wo du sagst aber das ist schon ewig hier stimmt eigentlich ja das ist mir irgendwie das fällt mir erst jetzt auf ganz am Anfang des Spiels wo ich die drauf getan habe aber ich glaube ich oh ich hab glaube ich ich bin voll mit Sticks guck mal was bissl in den Stick Hole da rein mhm ich geh dann noch mal zusammen oh hier ist ein na komm schon na komm schon ein bisschen Stoff also bist du schon bei den ganzen äh Koffern aus? nee ich habe hier grad nen Tod von den Feinden ach so wieder leh da kam ein bisschen Stoffen draus hm jetzt bin ich auch voll mit Sticks ich muss dann eh was essen und trinken das habe ich zum Glück schon gemacht mc nicht eh und wieder voll mit Sticks oh ok ok das Ding ist aber auch schon wieder voll mit Sticks dann trinke ich schnell ne Schlückle müssten wir schon fast ne Floß machen mit Stick Hole da drauf hihihi alter hör bloß auf hä wieso hab ich dir nicht viel Durst mach halt was so hier ist denn meine Flasche voll ja ist sie sehr gut ich mache mich jetzt noch einmal voll mit Sticks und dann sind haben wir beide Stick Hole da voll und beide sind voll mit einem Rucksack ist auch ganz nice dann und jetzt zwei Loks Tüte machen mh ne drei Loks die unten noch angezeigt werden ist immer noch dieses Schilderteil da in der Höhle ja erinnere mich bloß nicht dran was du wieder für scheiß Rick gebaut hast ja und ich glaube das wird gar nicht angezeigt ich glaube das wird für immer und ewig da unten verrotten wir können es nicht löschen naja mh vielleicht schauen wir mal irgendwann runter und machen das aber ich weiß gar nicht mehr welche Höhlen Eingang das war ich komm wieder runter schon so lange her ich weiß es gar nicht mehr weißt du noch wie wir da runter gekommen sind bei welcher Höhle mh ne aber dafür haben wir es ja aufgenommen denn man könnte nachgucken mal fast mal was ist jetzt man muss was trinken ach so was wollen wir jetzt ich bin grad voll planen ich bin grad also sorry Leute aber ich bin grad voll wie im Kopf also ich grad gar nicht zusammen eigentlich hätten wir ja auch ja der Abend macht sich ziemlich fertig ja das ne eigentlich brauche ich schon wieder so Urlaub vom Zocken hin ach ich nix loi ach ach auch ich baue das Ding mal fertig schauen wir mal of was wird haut doch mal deine Sticky's rein das ist das was ich in hängt ja genau schick schick hau mal deinen restlichen sticks rein falls du auch welche hast fertig ach das ist für blumen es ist eher echt ein teil mir fällt das wohl gerade ich dachte man kann irgendwas reintun bitte du machst die mauer kaputt ja ich habe es gerade gemerkt scheiße du machst die mauer kaputt ich mache auch die mauer kaputt oh nein warum ich glaube ich muss die mauer wieder kaputt lassen vorher speichern dann können wir versuchen abzureißen bevor bevor wir hier die bude abreißen das wäre eckerlich aha ich bin gerade voll genervt weil nichts nichts funktionieren kann nee die mauer geht kaputt nee so geht die mauer kaputt so einfach nicht sorry jetzt kann es ja jetzt nicht sein ist das nur ein ding oder reißt du alles ab das will ich jetzt wissen ja das ding würde mich darin stören es würde mich einfach da war glaube ich ein fenster drin und nichts ja ich glaube da war ein fenster drin meine güte nein nein das ist es nicht ich bin doch ein büchlein das ist es auch nicht oh gott ich glaube wir haben ein problem ja ja das muss man halt so machen ist mir auch egal und dann äh 65 nee komm wir tun nochmal neu laden nein 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 alles gut warte du magst es alles raus löschen wie du das mein neuer laden können wir ja nicht weil dann ist das ding wieder da weißt du und anders kriegen wir es ja nicht mehr ok ich habe ganz vergessen dass man das weg löschen kann so jetzt haben wir nur dies eine hier oder wieviel locks also eigentlich zwölf ach warte immer fenster reinhauen hatten wir hier ne ja so dann springen wir mal drauf achso ich wollte gerade abholen ja alter das sieht immer so aus naja gut dann müssen wir halt das nochmal neu machen meine güte wir stellen uns wird an ja das heute haut echt nichts hin wenigstens haben wir genug locks wenigstens müssen wir keine bäume fällen nein oh ho 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 seid voll da wieviel 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Elef haben da rein gepasst ja 12 wollen wir noch die sticks mitnehmen jetzt ja genau machen wir unsere sticks nochmal frei alter hm ach ich bin voll ja auch hm 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 ich hab schon wieder hunger ich ich bin eigentlich nur umfressen und bekomm wieder hunger echt ja so ging es mir chyba am Anfang des spiels ja wieso ja wass jetzt los gott zack Warte, ich fahre einfach direkt hin. Wozu haben wir jetzt? Haben wir irgendwas übersehen noch? Irgendwas zum Löschen haben wir übersehen. Ah, hier. Hopps. Ach, Gott sei Dank. Hä, aber das waren doch ziemlich nur drei, oder? Ne, stimmt ja. Ich bin da jetzt... Ich bin bescheuert, aber das sind nur zwei Loks. Das geht doch gar nicht. Du brauchen jetzt zwei Loks. Achja. Du was, das macht mich nicht von fertig. Wozu brauchen wir jetzt? Zwei Loks? Ich krieg gleich die Krise, ich sag mal. Das ist echt ein Scheißtag. Unglaublich einfach. Na gut, ich hab wieder keine Sticks. Ich hab mich. Die Sticks gehen echt schnell flöten, ne? Ja. Ja, also die Sticks auf der... Auf unserem... Unsere Plattform würde ich lassen. Fünf Loks. Versteh ich jetzt nicht. Ja, tun wir die Loks einfach wieder ausladen, oder? Ja. Weil sonst backt das los mal so rum. Wir haben jetzt, eh... Die Wand haben wir wieder gesetzt, aber warum... Aus drei wurden fünf... Irgendwas stimmt... Ich muss mal... Willst du mich verarschen? Scheiß... Was ist los? Alle, wieso hab ich 92 Stoff? Holy shit. Ja, wir haben... Letzte Zeit ziemlich viel Stoff. Ich hab 1890. Ist hier heftig. Stimmt, ich hab überhaupt keine Rüstung mehr, ne? Habt man vielleicht mal wieder Rüstung machen, ne? Ja, ich... Ich mach's auch gerade. Hm. Guck mal schneller. Oh Gott, was für eine Folge, eh... Irgendwie haben wir gar nichts geschafft. Nee, überhaupt nichts. Ah, tut mir leid, aber irgendwie... War das jetzt für eine Folge. Aber die Folge ist ja noch nicht vorbei. Fünf Minuten haben wir noch. Wollen wir noch irgendwas Produktives? Wollen wir noch irgendwas Produktives machen? Ja, Stick sammeln. Stick sammeln. Hahaha. Wie ich's einfach ernst mein, ne? Leute, sieg dir mal, was ich hier durchziehe. Guck mal, wie der Baum hat's. Ja, genau, mach das mal. Da war doch irgendwo ein Hase, glaub ich. Ja. Ich glaub, die nächste Folge sollten wir ein bisschen besser planen. Ja, unbedingt. Es war jetzt aber auch einfach so... Direkt aus Battlefield haben gesagt, oh, kein Bock mehr auf Battlefield. Direkt zuvor starten, ne? Und wir haben auch schon das Längere nicht mehr gespielt. Das ist... Ja, und das war jetzt einfach so drauf los. Und dann in der Aufnahme... Hm. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, das war ein bisschen so voreilig, das stimmt. Oh, ich bin voll. Jawoll. Guck mal. Die Totems... Die Totems wollen wir ja auch noch bauen. Ja, ja, das wär eigentlich auch noch was. Was macht man zuerst? Dann geh nicht so schön mit dran. Machen wir erstmal die Innenausstattung zu Ende, oder wollen wir erst ein paar Totems machen, das ist die nächste Folge, oder wollen wir da mal, ähm... Naja, die Totems würde ich einfach so nebenbei machen, weil das dauert ja Ewigkeit noch, bis wir die haben. Hm. Hm, 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 hm. Wieso zeigt's mir da hinten eigentlich ein Haus an? Ja, weil wir doch in der Schneewelt so ein Schilder gebaut haben. Ah, so, ja. Ach, das ist aber gar nicht mal so schlimm. Das finde ich ganz schön. Jo, wissen wir wenigstens, wo die Schneewelt sind. Nein, bleib doch! Ach, ich bin so unfähig. Ey, wo bist du da? Steht das Dreh direkt vor mir nicht. Kann das nicht gehen. In der Höhle sind wir letztens rausgekommen, ne? Bei dem Seil hier. Bei dem Seil sind wir hochgekommen, ja. Gut. Wo bist du eigentlich? Ach, du bist direkt drinnen. So, da, da, da. Ich hab so viele Beine und Arme, aber irgendwie brauchen wir noch Köpfe. Okay, wir brauchen noch 40 Arme und 6 Beine. Wo sind denn die da? Da, okay. Aha. Ah, okay. Aha, mhm. Oho. Ehi. Aha. Bitte le- Sind du le- Sind du le- Sind du le- Das Brumbe liegt immer noch. Das und kürte durch. Ein bisschen Fu- Ett van hier, bisschen energia sammeln. So. die hasen synchron also immer die hasen beobachtet die machen alles direkt synchron ja das ist leicht gewollt lustig die könnten echt eigentlich ziemlich leicht abhauen die hause und die können sich nur drucken und wegwärmen sind ja stimmt jetzt wo du sagst dumm haus ich mach mal den stick heute voll jetzt bin ich voll also ich bin voll gut ach du hast den stick angezündet ja ich hab morgen weil irgendwie der verschwindet nicht so schnell aufgefallen die andere sofort weg gewesen aber der bleibt irgendwie ja vielleicht verschwindet er jetzt nicht da können wir vielleicht den zweiten vielleicht war das auch ein pack oder so dann können wir noch mal den zweiten waren ach ja was mir gerade so einfach wir wollten ja mal dieses custom ding da bauen custom fg aber dann so viele beine und arme hinbauen können wir wollen jetzt können wir mal machen wenn wir die anderen fertig haben ja ich wollte nur gesagt haben ja ich glaube gerade einfach wie behindert durch die map und mache einfach nichts ich habe nichts vor gerade ich bin mit einem sperrkelig grad komisch eigentlich dass noch keine eingeborene uns angegriffen haben das ist mir vorhin schon so gekommen irgendwie manchmal weißt du starten die aufnahme haben voll vorzubauen und was weiß ich weiß und dann kommen sie ununterbrochen direkt beim starten der aufnahme lassen uns einfach nicht mehr ruhe ne jetzt haben wir keine ahnung was wir machen sollten und dann ja und dann kommen sie nicht was heißt eigentlich keine ahnung was wir machen sondern wir haben schon planen wir brauchen heute für immer diese sticks und wir wollen eigentlich mal alles fertig bauen damit wir mal ein neues projekt beginnen könnten ja wir so viel angefangen und irgendwie nie zu ende gemacht und das ist eben unser kleines problem weil wir brauchen immer von einem was ganz viel und dann laufen halt immer und immer wieder so hundert mal ist halt das problem hinter voller blut na gut aber jetzt ist folgen ende nicht schon was stehen wasches blut ab ich würde meinen schwer wieder finden aber natürlich den findest du einfach nicht wieder in der nächsten folge haben wir bis hoffentlich einen besseren plan und die schnee schuhe und die rabbit boots ich bin echt für den arsch eigentlich der rabbit boots ich weiß gar nicht irgendwie obwohl vielleicht wenn man der nacht halt vielleicht dass man da halt dann dass sie jetzt einfach mal anschauen ja nicht ich hab sie die ganze zeit an also sind überall fische aber die kann man irgendwie jetzt wo war denn die stelle wo man so leicht fischen konnte hier mehr ganz am anfang haben wir das noch gemacht ich weiß ich hab da keine fische erwischt ich glaube das hattest du einfach mal glück naja egal wohl ich glaube da hat das genau hier ist die insel gewesen und aber ich sehe die fische nicht das ist das problem genau unter mir okay ich habe ja das schöne aus verstehst du dich hier haben fischen zuzuschauen und sonnenuntergang ich gebe ja gut dann speichere ich jetzt mal also manchmal könnte ich auch einfach nur die aussicht genießen das ist echt geil aus also naja ist diese bächt wirklich richtig geil aus wir könnten vor allem noch in unserem haus rein bauen jetzt jetzt fällt mir mal so eine ah ja genau das wollten wir noch bauen ja also lissart rüstung dann müssen wir so ein arrow weiter da er gerne bauen und nicht kann man den hier abreißen oder lassen erstmal erst wenn wir alles gebaut haben können können müssen dann noch mehr schränke hinbauen unbedingt für alkohol müssen wir noch schränke hinbauen und die medizin ist es unbedingt sechs haben wir so viele finden wir auch immer so viele ja ich habe immer noch elf snacks lieben so dass oh ich habe keine medizin mehr habe ich wohl alle schon abgegeben ich habe drei musikbänder fällt mir auf steht irgendwas nützliches drauf da stehen nur die ganzen namen drauf von den passagieren wir müssen mal die passagiere finden aber irgendwie sind denn die wie viele waren es 125 135 irgendwie sowas warte da steht doch ein buch drin oder ne steht nicht drin bisher haben wir nur eingefunden das war gleich hier in unserer nähe es war aber ein toter irgendwie wir haben glaube ich schon mehrere gefunden als wir zum beispiel jetzt wie die story gemacht haben glaube ich haben wir ein paar gefunden ja gut aber da war nie so ja du hast passagier zwei gefunden wirst du wir haben halt überall aufgeschnitzte körper gefunden aber ob das jetzt ach ich weiß nicht ich würde mich würde zu interessieren ob wir jetzt alle mutanten gesehen haben oder nicht naja aber unser buch ist noch nicht voll glaube ich ne da fehlen immer noch gegner aber ich meine es ist ja auch eine alpha also kann sein dass wir vielleicht noch gar nicht da sind sondern erst dazu kommen ja das kann natürlich auch passieren ja gut jetzt sollten wir aber langsam mal die folge erbenden weil es ja 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 gut dann dann zuschauen dann ist zuschauen und zur nächsten folge